Da wären wir dann schon beim 13. Türchen des Adventskalenders angelangt. Jetzt sind es wirklich nur noch zwölf Tage bis Heiligabend. Und heute möchte ich euch mal einen Trick mit einer Feder zeigen. Und dann noch hier mit einem kleinen Metallring. So, denn jetzt werde ich einfach folgendes machen. Ich wickel einfach mal den Ring so auf die Feder auf und würde dann den Zuschauer jetzt bitte einmal bitten, zu versuchen den Ring von der Feder zu befreien. Probieren wir, ob das irgendwie möglich ist. Durchkippen? Ne, jetzt nicht. Warte, gib mal hin. Kann doch eigentlich nicht sein, weil eigentlich muss man doch nur den Ring hier hoch bewegen und dann hier einfach abziehen. Also, weiß ich nicht, was du hast. Ist doch eigentlich ganz einfach. Hm, kann ich noch mal probieren? Ja, warte. Ich muss ihn hier bloß wieder rauffedern. Mal gucken, ob es bei dir jetzt funktioniert. Also eigentlich ist es ja gesagt ganz einfach. Eigentlich musst du ja nur den Ring versuchen von der Feder irgendwie zu befreien. Die Klappe will ich auch nicht. Und abdringen? Kannst du hier mal. Ne, geht auch nicht. Hm. Geht nicht. Geht wohl nicht. Warte mal. Eigentlich muss man ja, wie gesagt, nur den Ring hier einfach von der Feder befreien. Der ist doch eigentlich ziemlich easy, wie ich finde. Na gut, aber das war der Zaubertrick. Das war's für heute. Ich hoffe, er hat euch gefallen, dieser kleine aber fene Trick. Und dann bis morgen zum vierzehnten Türchen. Euer Magic Game.